ja liebe leute herzlich willkommen zu einer weiteren folge clash of clans auf meinem kanal ihr habt entschieden was ich mit dem hammer machen sollte wir hier haben heute noch eine kurze folge diesen hammer hier den wir haben mit hammer des bauern so ist er hier habt ihr abgestimmt dass wir die werkstatt machen die werkstatt werden auch heute gleich uns vornehmen und dann auch hier die den gladiator auf das nächste level bringen hier wird mal gespendet vielleicht machen wir noch einen klaren vorangriff jetzt haben wir machen ein angriff auf die 1 10 11 stunden haben wir noch die noch genügend zeit raus und jetzt hier hoffentlich was gutes raus holen die queen ist da die helden ist aber es geht ja nicht anders ich gerade in letzter zeit sehr gerne mit ihr wisst ihr mit elektrisch uns an ist einfach eine easy taktik aber kann auch was schief gehen so ist es ja nicht hoffen dass wir jetzt wenigstens zwei sterne holen zwei sterne wäre schon was gutes aber ja ich hätte überhaupt nicht gut aus das schaut gar nicht gut aus ich hätte das war das könnte sich aus macht die zauberlichkeit gesetzt mit dem video ein zauber machen ist echt kommentiert hat das endlich raters im video im video ein angriff machen ist echt schwierig wenigstens zwei sterne und das wichtigste ich weiß auch kein wechsel luftabwehr jetzt sind wir auch gleich dauernd können die werkstatt aus neu level bringen das einfach geht es scheitert langsinnig frei und das ist ja auch noch einmal angreifen was wir hier die werkstatt aufs neue level bringen das einfach geht es scheitert langsinnig frei hier ist hier neue maschine bauen eine coole coole sache und wir sagen das war es für das video gewesen wenn zum nächsten video wieder schauen rein kommt